Herzlich Willkommen! Hier sehen Sie, dass Ihr wertvoller Teppich bei uns in besten Händen ist. Vor dem Waschen muss der Teppich vorsichtig geklopft werden, um Staub und losen Schmutz zu entfernen. Danach kommt Ihr Teppich in die Klopfmaschine, um feinere Staubpartikel und Milben zu beseitigen. Als nächstes wird er mit klarem Wasser gespült und schamponiert. Dabei werden tiefsitzende Verschmutzungen schonend aus den Fasern gelöst. Wir verwenden übrigens ausschließlich biologisch abbaubare und pH-neutrale Waschmittel, die frei von Lösungsmitteln sind. Das schont nicht nur Ihren wertvollen Teppich, sondern auch die Umwelt. Anschließend wird der durch die Seifenlauge gelöste Schmutz aus den Fasern herausgestrichen. Nach der Wäsche folgt auf Wunsch die biologische Imprägnierung. Dazu benutzen wir Kernseife aus Persien, die dort bereits seit hunderten von Jahren für diesen Zweck verwendet wird. Nun beginnt der Trocknungsprozess. Dazu wird Ihr Teppich zunächst geschleudert, gebürstet und schließlich für einige Stunden unter Zufuhr von Frischluft in unserem Trockenraum aufgehängt. Wenn der Trocknungsprozess abgeschlossen ist, wird die Ausgangskontrolle durchgeführt. Ihr Teppich wird aufgerollt und kann dann die Heimreise zu Ihnen antreten. Sie können Ihren Teppich übrigens auch in unserer hauseigenen Werkstatt fachmännisch restaurieren lassen. Ganz gleich, ob es sich um kleine Ausbesserungsarbeiten, wie die Befestigung von abgelaufenen Fransen und Kanten, oder um umfangreiche Restaurationen, wie das Anbringen von neuen Fransen und die Behebung von Brandschäden handelt. Bei uns ist so gut wie alles möglich. Bevor Sie also Ihr Familienerbstück wegwerfen, weil es schmutzig, alt und kaputt ist, rufen Sie uns an. Wir bereiten Ihren alten Teppich so auf, dass er wie neu aussieht. Bei uns sind Ihre Teppiche in erfahrenen Händen.